Ich hab immer dieses chronische Nachladen. Das hab ich ja auch. Gar nicht. Echt nicht? Ganz schlimm. Drei Schiffe verballert und schon Nachladen. Nee, hab ich überhaupt nicht. Man ist immer sobald ich eine Sekunde Ruhe hab, dringend auf Nachladen. Ja. Hier ist ein Schutzraum. Ah, deine nächste Phase weiter geht's. Nö, hier kommt ihr nicht rein. Oh, jetzt hab ich mich ausgeschmert. Gib mir das, gib mir das, gib mir... Gib mir auch ein Medi-Pack her damit. Achso, ich mach mal zu, ne? Jo. Yeah, wieder ein Stück geschafft. Ey, das ist immer noch das erste Level. Scheiße. Rochelle, guck mal den Bot! Der Bot hat fast 200 Kills gemacht. Tank schlechter, 579, Kirby 0. Witchjäger, yay. Gut. Also, zweimal schon super schlecht gewesen. Mal gucken, was das dritte liegen soll. Oh, jetzt kommt ja diese Kacke mit dem, äh, Auto auffüllen. Mit dem Auto auffüllen, ja, da war ich auch klar. Och nee. Da gibt's noch einen Trick. Da gibt's noch einen Trick. Wir, äh, wir füllen die Kanister nicht aus, sondern wir schmeißen sie alle vor's Auto. Und einer füllt dann mal Ende auf, richtig? Genau, weil wenn wir, jedes Mal wenn wir ein Kanister auffüllen, kommen mehr Zombies. Das heißt, wir schmeißen einfach alle Kanister vor's Auto und füllen die dann nacheinander ein. Okay. Geht mir aus dem Weg! Ich find das Geräusch cool, wenn der ein Kiefer bricht. Oh. Ja. Stimmt. Äh, ich häng fest. Du hängst im, im, im Tresen fest. Cool. Das wollte ich schon immer machen. Tresen kaputt bauen. Aua. Du musst doch nicht in den Weg rennen. Oh, komm, noch mehr. Auf der Rolltrampe wird nicht gespielt. Sicherheit geht vor, ihr Wichser. Ah, du blöde Puppe. Ich hab die Schaufel in der Bühne durchgehackt. Ja, ich auch. Aber gewollt. Hm, haben die bisschen Kleingentier. Warte mal. Geht nicht. Zombie. Heuer! Oh, das ist so'n... Zungenzüngler. Smoker. Ja, genau. Die ist doch ne... Diegel, oder? Sehr geil, ne Diegel, die nehm ich mit. Ich weiß halt, sie sieht kein Knack am Waffen. Ja. Vorsicht, da unten ist irgendwo so'n Gift-Typ. Ich werde angeschriebenes Mario. Aber der hat kein Left 4 Dead, also kommt der hier nicht rein. Genau. Pfff! Charger! Da hab ich mich erschreckt. Aber auch immer auf Corby, die wirken. Ja. Wie war es echt so'n... schon wieder ... ganze zeit nach auch das bist du ja hier ist noch eine dings dreischuss waffe ich habe eine m16 das reicht und eine rohrbombe jockey mag einer kurz ich muss raus tappen ach marcel ist da das ist gar nicht mario geil dann haben wir einen vierten mann ja dann erweitern wir mal unsere schütze mich mal kurz ja habe ich vielleicht doch noch eine größere Chancen wenn wir sind auch hinzufügen Morse vielleicht nicht ganz mehr er hat das stimmt und die Ferne ich will mitmachen schreibt er schon genauer wenn wir jetzt verlieren oder wenn das jetzt genau so aussieht dann wissen wir dass die Kinder und sondern genauer genau so wie man am afl wenn es nur er schuld er wurde ein Lula ja dann ist du bist gerade live dabei wie du mitten in einer aufnahme landes genau wir sind voll schlecht wir haben schon so die geilen 10 gehabt ja vielleicht sind sie zu dritt oder genau ey ich mach mit ja du kannst einfach rein joinen ist auch freunde begrenzt ich will welcher Chars noch übrig das interessiert doch kein schwein doch mich schon also mich würde das ankotzen wenn ich die Frau wär eigentlich Alice nicht was erkennt das ja ja weißt du jetzt wird's jetzt auf mein Windows Profil da darauf hinweisen ich bin auch nicht mehr zu wählen ja scheiß Wüste äh scheiß hier ich geh mal hier oben rauf oh hier ein Hubwagen na komm dir das bekannt vor na na Patrick hast du schon was von Schala gewünscht oder von Shenlong hehehe äh 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 ja was funktioniert nicht die sind kaputt äh ja ich hab auch Aileen Aileen's Name in Steffenheim eingetragen hat auch nicht funktioniert ich komme auch im ersten Teil seid ihr ja noch ja das ist von vorne angefangen weißt du wir machen richtig schön von vorne und hin und her und so aber ich will nicht ein Baseballschläger, möchtest du ihm einen Baseballschläger? nein ich bin gerne sehr gut nein ich will töten ich will mit der Katana Leute durchsäbeln ich will dich, ich will dich schauern sag mal ruhig ich bin eine Witch eine Witch hier ist irgendwo eine Bitch irgendwo eine Bitch Leute muss noch mein Stor und schlafen oh Bitch ich hab sie gefunden ich auch oh man, bleib geht schnell warte ich hab auch was zu werfen frisst das fach ich hatte von in hier liegt noch ein Knüppel um hier Moni das sind oder werden und wird hier ein Luh kurz mit der Staubeklagung um ein Komponente weiter in der Stadt der E-Mustür Schäuung die Banken und auch noch auf dem Markt den will ich haben welchen? was? 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 oh, fällt nicht zu mir nein, nicht die Plüsch-Elefanten oh Gott, der absolute Horror nein ihr Schweine, ihr habt die Plüsch-Elefanten getötet oh Gott, ich hab doch schon mal kein Prüber aufsicht mehr alter Schwede geh doch mal von der Fensterscheibe da weg Hilfe, Hilfe ach, haltet ja, genau so mach man das aber ich will so ein Elefanten wo kriegt man so einen? ich geh hier nein, meine Hauptwache ist hier ich komm, der meint der her weißt du, wer? weißt du jetzt, oder? äh ich bin der Typ, der oh Puma Alter oh kommt einer mit? oder muss ich alleine hingehen? ja äh 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 oh, 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 da kommt ein Charger hochgeklettert oh, oh ack aah aah nein, Marcel ich bin eingetragen gerettet Alter, ich hab nur noch die Gegel ich hab sonst nichts mehr ich drück den Keller aah oh nein, Seure au kommst du durch? überlebst du's? äh, nein ich bin grad hier unten äh Alter alter du weißt, dass du noch schlagen kannst auf der rechten Maustaste, ne? ja das ist zum zurückdrehen, Corbin das musst du machen, wenn du um 10 Uhr bist lass mal weiter rennen da hinten zum warte, ich muss mich erstmal ein paar Pillen schlucken hier mach das, warte, soll ich die verarzen? obwohl, ist grad schlechter Zeitpunkt ja ja, er hat ja erstmal Schmerzmittel, das reicht fürs Erste immer weiter immer weiter immer weiter lauf oh, hier ist ein bisschen voll ja schalte doch mal diese Scheiße aus oh mein, nein, Charger und, ah und Jockey ach du Scheiße ja die könnte doch mal hey, geh weg lass mich hier holen ich hab ihn ausgeschaltet ich hab mich niedergesteckt ich hab mich niedergesteckt ich muss mich niedergesteckt ich muss mich niedergesteckt ich lerne mein Schwert Winterhure oh, bist du ne er schnappt sich mehr Wasser oh ja, genau das ist eine gute Idee in der Nacht ich schlur Wixer 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 Toll Teil Ich hab immer noch keine Waffe mehr komm, hast du Medi? äh, ne warte ja, warte ich hab auch noch eins also wie fällig die Teile mit rechtern Austaste so oh hier, schrubbchen der Süße jetzt nicht noch mal ein bisschen langsamer oh, geht weiter hier, oder was? warte mal, ich will mal kurz die Shotgun Moin Moin Hilfe Hilfe Was ist denn? oh, 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 oh der ist tot, alles gut ja, ich seh grad schon scheiß Zunge, wo ist der Typ? da komm mit, komm mit lass das Ding lass ihn in Ruhe doch doch die dort haben wir alle hier da da das hängt ab warte mal kurz hier so so ein zu viel von oben und sein Schwert das heißt Winterhure nur netter Name ne Rohrbombe ist hier, wir will Pillen nehmen, hier liegen Pillen ich hab Pillen noch Huma Wurzt du gedenkst du? toll was denn? zwölf Schuss hast du nur drauf ja, der hat sowas kapiert ja oh, da oben ist ein Schleimtyp alles klar, ich hab mich jetzt ein paar ein bisschen irgendwo hast du ein Spitter bringt mir den Jäger wutz 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 komm wie rasselt aus komm, komm das Schwert wird sich bei Rot färben vom Blut seiner Feinde hier ist ein Schutzraum meine Winterhure das ist mach die Schutz nein nein, ich will mitspielen weg 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 oh man so Marcel, jetzt bist du fennig ich meinst du gekillt yeah was ist los du redest auch immer in die Schussbahn